Es ist möglich, nach der Schwangerschaft seine Figur wiederzubekommen oder sogar noch knackiger zu sein wie vorher. Ja, das ist möglich. Personal Training nach der Schwangerschaft. Du bist nicht mehr so zufrieden mit deiner Figur, das Gewebe ist nicht mehr so straff, der Bauch ist vielleicht zu groß, du hast viel Fett eingelagert und möchtest wieder schlank sein, knackig sein, ich hätte fast gesagt eine sexy Mama sein, dann macht Personal Training richtig Sinn. Ja, ich habe aktuell drei Frauen, die nach der Schwangerschaft zu mir gekommen sind und die Ergebnisse sind bombastisch und das auch noch in kurzer Zeit. Die Referenzen findest du auf meiner Webseite, unter Kundenstimmereferenzen, du gibst auch ein Video, ein paar Bilder, die Ergebnisse sind fantastisch. Es ist möglich, nach der Schwangerschaft seine Figur wiederzubekommen oder sogar noch knackiger zu sein wie vorher. Ja, das ist möglich. Wie funktioniert das Ganze? Erstens musst du dir natürlich von deinem Arzt das grüne Licht geben, medizinisch abchecken, kann ich schon loslegen, ja oder nein. Wenn du grünes Licht hast, kannst du eigentlich schon mit dem Training beginnen, sei es daheim oder mit dem Trainer. Ja, fang mit leichten Übungen an, Übungen, die dir gut tun. Du hast ja ein gutes Bauchgefühl, tu lieber Walken statt Laufen am Anfang. Mach ganz körperkräftig in den Übungen, aber alles im guten, dosierten, gesunden Rahmen. Nicht überfordern, weniger ist mehr in dem Fall. Ja, und das Schlimmste ist, wenn du nichts nach der Schwangerschaft tust, wenn du nur sitzt, abwartest, weiter vielleicht diese Essgewohnheit beibehalten hast, dann kann es passieren, dass du über die Jahre immer dicker wirst, es sich verfestigt und du wirst unglaubliche Schwierigkeiten haben, es später wieder loszuwerden. Deswegen meine Bitte an dich, egal ob mit Personal Trainer nach der Schwangerschaft im Fitnessstudio, daheim mit YouTube-Videos, fang an, deinen Körper wieder zu bewegen, durchzubewegen, zu aktivieren. Du darfst trainieren, du sollst trainieren und du musst sogar trainieren. Ein Schwangerschaftsrückbildungskurs ist gut, aber das ist so wenig. Da muss noch viel, viel, viel mehr getan werden. Beckenbohntraining ist extrem wichtig. Ja, bring deinen Körper wieder in Form, mach Attacke und viel Erfolg beim Umsetzen. Täglich etwas machen, umsetzen. Dann wirst du auch nach der Schwangerschaft eine tolle Figur wiederbekommen.